Sound muted. Das ist Kunst. Sie hören jetzt an den Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestört fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Der Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Nun, wir möchten Sie darüber informieren... Hallo? Jemand da drin? Hallo? Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Wir haben damit automatisch ein... Ach, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Äh, ich muss, ich muss hier erst mal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also belöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern, na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spiel. Hallo und erneut Willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erlernen wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. String! Das Portal wird sich öffnen und die Notfall-Tests beginnen in 3, 2, 1. Würfel- und Tastbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals nahe brennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Stäpfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Der Kuss. Der Kuss. Ich bin da. Der Kuss ist die S clause-Test. Der Kuss. Überrasch. Der Kuss. Der Kuss. Der Kuss. Der Kuss. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Hilfreiche Ergebnisse. Bevor Sie nach Abschluss der Test zum Hyperstabzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Na bitte! Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine... Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte, ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie beklagen. Einverstanden? Gut. Also los, danke. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Einige Notfalltests erfolgen eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den nästigen Papierkram kümmern. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. In 3, 2, 1. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. In 3, 2, 1. 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 Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helft Ihnen Gott. Sollte Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten Kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an Hey, guck guck, ich bin hier oben Super, du hast die Portalkanone gefunden Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte Ist meistens so, gut gemacht Okay, hör zu Ich muss dir was sagen Und es ist nichts Angenehmes Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken Oder ich muss sterben Aber wir haben wohl keine Wahl Also mach dich bereit und fang mich auf Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke Auf drei Bereit? Eins Zwei Drei Das ist zu hoch Ist doch zu hoch, oder? Also Okay Also auf drei hab ich zu viel Zeit zum Nachdenken Also diesmal schon bei eins Bereit? Eins Fang auf Au Ich bin nicht tot Ich lebe noch Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeig ich dir mal was Wird dich beeindrucken Ähm Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst Im Ernst jetzt, ist kein Witz Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um Geheimtür Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast Und los geht's Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt Das ist klasse Wir können gehen, wohin wir wollen Also, wo gehen wir hin? Moment Lass mich mal die Lage checken Ja, äh Am besten wir folgen der Schiene Oh nein Ja, hallo Wir bleiben nicht stehen Nicht in die Augen gucken Nein, alles klar Danke der Nachfrage Weiter, weiter Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären Wenn wir hier raus wollen Müssen wir durch ihre Kammer gehen Und sie bringt uns wahrscheinlich um Wolltest auch nicht glauben Der Mensch ist offenbar entkommen Und seitdem verschwunden Und dann kam eine Ewigkeit In der absolut nichts passiert ist Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht Tja, das ist so gut wie alles Nichts anfassen bitte Okay, die Treppe runter Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten Das ist super Du hast kräftig zugepackt Uns geht's gut Ganz hervorragend Ah, entschuldige Am besten nicht nach unten sehen Ah, schon wieder runter gesehen Das hier ist der zentrale Kontrollraum Na dann rein Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht Okay, und sonst nichts anfassen Also, fass ja nichts anderes an Schau nicht mal was anderes an Klar, du musst dich umschauen Um das Wort Fluchtkapsel zu finden Aber wenn du was siehst Auf dem nicht Fluchtkapsel steht Dann schau gleich wieder weg Und fass ja nichts an Und schau dir nichts an Außer das Richtige Du weißt, was ich meine Siehst du es irgendwo? Ich kann's nirgendwo sehen Ähm, am besten schließt du mich an Und ich mach das Licht an Es werde Licht So sprache Gott Ich habe Gott zitiert Oh, sieh mal Es dreht sich Seltsam Ist aber wohl okay Solange es sich nicht nach oben bewegt Also Fluchtkapsel, Fluchtkapsel Es bewegt sich nach oben Okay Okay, ganz ruhig Alles paletti Ich hab's, ich hab's, ich hab's Jetzt wird's langsamer Nein, wird noch schneller Oh oh Power-Up eingeleitet Okay, keine Panik Ganz ruhig bleiben Wir können sie noch aufhalten Ähm Äh, es gibt ein Passwort Das kann ich hacken Kein Problem Wollen wir mal sehen Ähm Nein, warte Hatte ich B schon? Schreib das mal auf Power-Up abgeschlossen Na schön, na schön Neuer Plan Verhalte dich ganz natürlich Wir haben nichts getan Hallo? Oh Du bist es Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit Tot zu sein Du weißt schon Nachdem du mich ermordet hattest Du hast was? Ah Oh nein, 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 nein Oh nein, 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 nein Wir haben beide vieles gesagt Das dir noch leid tun wird Aber ich glaube Wir können unseren Streit hinter uns lassen Der Wissenschaft zuliebe Du Monster Du scheinst das Testen wirklich zu lieben Schließlich war es gar nicht so einfach Mich wieder zu aktivieren Ich liebe es auch Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen Ich liebe es auch Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Hui. Verzeihung. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten zwei Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste, deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Und danach, wer weiß, dass du zurück bist.